Ja, das Motorrad hat sogar bewegliche Fußrasten und somit steigt man so. Wir demonstrieren heute, wie steigt man auf ein vollbeladenes Möppi. Hast du schon mal was getrunken? Bitteschön, der Herr. Sollte ich nochmal von vorne? Du darfst das jetzt vorführen. So steige ich auf ein vollbeladenes Motorrad der Marke Suzuki V-Strom. Genau. Applaus. Und nach einer langen, erholsamen Fahrt steigen wir so wieder ab. Was ist denn Koffertag? Schon liegt sie auf der Straße. Und nach 1. Und nach 1. Auf der Straße. Und nach 2. Die ist mit einer langen, in die R два, in der Make-Ele. Und nach 3. Und nach 1. Und nach 2. Und nach 2. Sollte ich nicht. Vielen Dank.